Hallo meine lieben Wasserzeichen, so nun komme ich auch zu euch, meine lieben Fische, Krebse und Skorpione, hier mit eurem Reading für die erste Augusthälfte. Ja, meine Lieben, wie immer, möchte ich kurz für all diejenigen, die heute zum ersten Mal bei mir zuschauen, erläutern, wie das Reading zustande kommt. Ich mische das Tarot-Deck durch und konzentriere mich während des Mischens immer auf eine jeweilige Position der Legung, die ich euch natürlich nachher erläutern werde und warte, bis während des Mischens eine Karte herausspringen möchte. Manchmal möchten auch zwei Karten gleichzeitig springen, die nehme ich dann auch beide und manchmal kann es auch vorkommen, dass ich zu einer Karte noch eine Klärungskarte erbitte. Wenn dann alle Karten liegen, mache ich eine Meditation über der Legung und bitte die geistige Welt um Rat und Mithilfe bei der Deutung. Das heißt, wenn ich euch jetzt dieses Reading gleich in einen Gesamtzusammenhang bringe, ist das quasi eine Kombination aus den Karten und auch diesen Botschaften, die ich in der Meditation empfangen durfte. Wichtig natürlich, das sind allgemeine Readings. Ja, die können natürlich nicht jetzt für jeden, der hier guckt, stimmig sein. Deshalb, wenn du zuguckst und merkst, ja, du findest dich hier jetzt eigentlich nicht wieder, dann ist es manchmal auch sinnvoll, noch das Video für deinen Aszendenten und dein Mondzeichen anzuschauen, denn manchmal geht man einfach mit diesen Legungen besser in Resonanz. Ja, da musst du einfach für dich hinhören, was ist für dich stimmig, welche Botschaften möchtest du jetzt für dich aufnehmen. Ja, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich lege auch gleich mal los. Und es war nicht so einfach, dieses Reading, weil sich die Energien während des Readings quasi, also man könnte fast sagen, im Verlauf dieser zwei Augustwochen, doch einigermaßen verändert haben. Und deshalb hoffe ich, dass ich es euch einigermaßen verständlich rüberbringen kann, was eventuell geschehen könnte in der Zeit. Ja, aber wie gesagt, bitte immer wieder bedenken bei den allgemeinen Readings, können die Energien, müssen aber nicht auf dich zutreffen. Gut, wir beginnen hier mit der Gesamtenergie. Eigentlich hatte ich nur um eine Karte gebeten, es wollten aber zwei Karten gleichzeitig rausspringen und die waren schon mal sehr positiv, ja. Du siehst hier das Ast der Münzen und die große Arcana-Karte, die Mäßigkeit. Am Anfang, wenn ich jetzt über diese beiden Karten sprechen würde, ohne dass du dieses gesamte Reading kennst, ja, dann würde ich dir sagen, ja, das Ast der Münzen steht im Prinzip zum einen für materielle Sicherheit, ja, für finanzielle Stabilität, vielleicht auch für Karrierechancen, für Erfolg im Beruf. Ja, Münzen ist ja immer, die Münzenergie ist immer etwas Materielles, steht aber insgesamt natürlich auch für einen Glücksfall, ja, irgendetwas, was dir passiert, was sich für dich sehr zum Positiven entwickelt, für eine Chance, dein Glück zu finden oder zu machen, ja, also insgesamt eine sehr, sehr positive Karte. Und zusammen mit der Mäßigkeit nehme ich eigentlich sofort wahr, dass es hier darum geht, auf die göttliche Führung zu vertrauen, ja, dass es hier darum geht, in deine innere Balance zu kommen. Du siehst ja hier diesen Engel, der das Wasser von einem Kälchen in den anderen schüttet, ja, hier geht es darum, Balance zu finden. Und im Gesamtzusammenhang bedeuten diese Karten eigentlich eine sehr, sehr positive Energie für diese zwei Wochen. Ich möchte aber dann, wenn ich das ganze Reading dir erläutert habe, noch einmal hierauf zu sprechen kommen, weil mir erst im Nachhinein bewusst wurde, was die Karten aber auch bedeuten hier, okay? An dieser Position frage ich immer, aus welcher Energie kommst du, also wie hast du dich gefühlt jetzt in der letzten Zeit? Und da fiel auch eine sehr positive Karte, nämlich die neuen Kälchen. Und hier war mir sofort klar, was ich ja auch aus vielen Nachrichten von euch weiß, ihr lieben Wasserzeichen, dass ihr viel daran gearbeitet habt, eure eigenen Kälche zu füllen, ja? Wenn ihr meine Readings kennt, wisst ihr, was ich damit meine? Also es geht darum, euch selbst wert zu schätzen, ja? Euch selbst Anerkennung und Bestätigung zu geben. Dieser Mann, der hier sitzt, ja, mit seinen aufgereihten Kälchen hinter sich, ist absolut stolz auf das, was er geschaffen hat. Er reibt seine gefüllten Kälche hier auf. Und es ist wundervoll, ja, wenn du aus dieser Energie kommst, weil es zeigt einfach, dass du unglaublich viel an deiner Selbstwertschätzung gearbeitet hast. Viele Wasserzeichen taten sich ja da am Jahresanfang schwer damit, ja? Und haben ganz große Fortschritte gemacht mit der Eigenliebe, mit diesen Grenzensätzen, dass sie genau wissen, was möchten sie noch erleben und vor allem, was möchten sie nicht mehr erleben, ja? Also eine wundervolle Energie, aus der du kommst. Und es geht genauso gut weiter, weil an der Stelle hier, ich zeige euch das noch mal ein bisschen näher, frage ich, in welcher Energie befindest du dich jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt, zu dem du das Video guckst? Und da fällt die hohe Priesterin. Wieder eine große Arcana-Karte, ja, passt auch sehr schön zur Mäßigkeit. Ist eine der spielteuersten Karten des gesamten Tarots. Und die hohe Priesterin steht sinnbildlich für Intuition, ja? Für die Anbindung an seine innere Stimme, ja? Und die Karte sagt auch aus, dass du dich jetzt in letzter Zeit sehr viel mit dir selbst beschäftigt hast. Mit deiner Spiritualität, ja? Mit Themen, die den Sinn des Lebens betreffen. Die sich darum drehen, wie du selbst noch mehr zu dir finden kannst. Ein erfüllteres Leben vielleicht auch mit dir alleine führen kannst. Ja? Also eine ganz tolle Energie. Letztendlich sagt die Karte an der Stelle auch aus, dass du deinen Vorahnungen trauen kannst. Sie gibt dir Mut, dich auf deine Intuition verlassen. Das heißt, wenn du in irgendeiner Situation, natürlich jetzt was die Liebe betrifft, ja, eine Ahnung in dir hast, dann vertraue dieser Ahnung. Ja? Das war hier ganz wichtig. Das habe ich in der Meditation mir aufgeschrieben, dass ich das unbedingt weitergeben soll. Wenn du eine Ahnung hast, einen Partner betreffend oder einen Wunschpartner betreffend, einen Ex oder eine Ex-Freundin betreffend, ganz gleich, wenn du eine Ahnung hast und du fragst dich, ob du dieser Intuition trauen kannst, dann sagt die hohe Priesterin hier, ja, du kannst trauen. Ganz wichtig. Denn, so, und jetzt kommt der Kasus, Knacksus des gesamten Readings. Ich frage an der Stelle, wie entwickelt sich die Energie weiter? Und schau mal, direkt nach der hohen Priesterin kommt der Turm. Weitere Karte aus der großen Arcana, schon die dritte, ja. Ich spüre dazu, dass etwas geschehen könnte in diesen zwei Wochen. Ihr wisst, die geistige Welt kennt keine lineare Zeit, ja. Das könnte also rein theoretisch auch schon geschehen sein oder es ereignet sich erst Ende August, ja. Wir können immer nur grob den Zeitraum einfach eingrenzen. Es kann etwas geschehen. Du hattest vielleicht bereits eine Vorahnung, was dich in irgendeiner Art und Weise erschüttert. Auch dieses Wort habe ich mir aufgeschrieben. Erschüttert. Und jetzt ganz wichtig. Es kann sein, dass es dich selbst betrifft, dass du von einem Ereignis direkt erschüttert wirst oder es kann etwas Erschütterndes in deiner unmittelbaren Umgebung geschehen, das aber Auswirkungen auf dich hat. So habe ich das wahrgenommen. Also es muss nicht unbedingt dich ganz persönlich betreffen, aber es kann etwas in deiner unmittelbaren Umgebung passieren oder geschehen oder sich ereignen, was deine Sicht der Dinge verändert beziehungsweise direkten Einfluss auf dein Leben oder auch dein Fühlen hat. Irgendjemand, du selbst oder jemand, der dir nahe steht, sehr nahe steht, wird in irgendeiner Art und Weise von der geistigen Welt mit einem Ereignis geweckt. Und mir kommt jetzt auch, während ich es jetzt noch mal erläutere, es ist eigentlich immer stärker so vor, als würde es sich in deiner unmittelbaren Umgebung ereignen. Denn du bist hier mit den neuen Kelchen und der hohe Priesterin so unglaublich gut gewappnet und gerüstet, dass dich so schnell eigentlich nichts mehr aus der Bahn wirft, ja. Wir werden noch mal auf den Turm zurückkommen. Also, bitte bedenke, dass es etwas, ein Ereignis sein könnte, das wirklich einschneidend ist, dass es sich aber auch in deiner unmittelbaren Umgebung ereignen kann und du bist damit betroffen oder davon, ja. Denn, interessant, es geht ja sehr stimmig weiter. Hier frage ich an der Position, was von außen auf dich zukommt und da fiel jetzt die Karte sieben Stäbe. Und sofort habe ich den Zusammenhang mit dem Turm hier wahrgenommen. Die sieben Stäbe sind die Verteidigung deiner Werte. Du hast hier irgendwas zu verteidigen. Das heißt, es könnte etwas geschehen, das dich in diese Position bringt, dass du dein schwerst und hart erarbeitetes Selbstvertrauen, deine Selbstwertschätzung verteidigen musst, ja. Was immer es ist, ich sage euch auch ehrlich, ich wollte zu dem Turm eine Klärungskarte. Ich habe gemischt mit der Frage, was ereignet sich und ich mische und mische und mische und es fällt keine Karte. Und nach einer gewissen Zeit weiß ich dann, dass die geistige Welt hierzu nichts weiter sagt, ja. Ich höre dann auch auf zu mischen, das spüre ich. Ich spüre genau, ob ich weiter mischen muss, aber wenn ich mische und mische und mische und es fällt keine Karte, weiß ich, dass die geistige Welt es hier so stehen lassen will und wir jetzt in diesen Momenten nicht erfahren, was es sein wird. Aber mit den sieben Stäben kann ich dir sagen, dass es auf jeden Fall etwas ist, was dich in eine Verteidigungshaltung bringen wird, in eine Selbstverteidigungshaltung. Und ich habe hier mit der Mäßigkeit in Verbindung stark das Gefühl, dass du dein inneres Gleichgewicht hier verteidigen musst. Die Wasserzeichen sind so stolz auf das, was sie sich erarbeitet haben, ja, auch auf diese emotionale Unabhängigkeit, die jetzt viele erreicht haben, ja. Und hier wird irgendetwas geschehen, was dich aufruft dazu, dieses Gleichgewicht, diese Balance, die du dir so hart erarbeitet hast, nicht aufzugehen. und dazu passt auch wundervoll diese Karte hier, weil ich frage ja hier nach deinen Hoffnungen und Ängsten und hier fällt wieder eine große Arcana-Karte, nämlich das Gericht. Das heißt, du hoffst ganz klar in dieser Balance zu bleiben, denn das Gericht steht ja immer für die Erlösung vom Leid, ja, das ist die Auferstehungskarte, wie ich sie gerne nenne, du siehst hier diesen Auferstehungsengel, ja, da geht es darum, eine leidvolle Phase hinter sich zu lassen. Und genau das ist deine Hoffnung. Also vielleicht kommt hier tatsächlich auch nochmal jemand aus deiner Vergangenheit zurück, sogar vielleicht mit Karacho in deinem Leben, ja, weil er oder sie, ja, mir kommt gerade einfach diese Szene, eventuell hattest du jemanden losgelassen, ja, weil du dachtest, das macht keinen Sinn, an jemanden festzuhalten, das ist jetzt nur ein Gedanke, der mir kommt und den will ich euch einfach gerne erläutern, ja, und plötzlich steht der mit dem Koffer vor deiner Tür oder sie, ja, weil er oder sie sich vielleicht Hals über Kopf getrennt hat und es geht jetzt darum, dass du dir denkst, um Gottes Willen, hoffentlich mache ich jetzt nichts verkehrt, lass den Menschen wieder in mein Herz, ja, und dann beginnt alles von vorne, denn, und jetzt wird es wirklich, ja, unschön, möchte ich fast sagen, weil das Freelang hat so ganz toll begonnen, aber schau mal, die Energie, ja, die für dich Mitte des Monats bereitsteht, da fiel als allererste Karte und zunächst nur die, fielen die 5 Kelche und die 5 Kelche ist die Karte für Trauer, das heißt, man betrauert etwas, ja, dieser Mann hier betrauert diese 3 Kelche vor ihm, die liegen auf dem Boden, ja, die sind ausgelaufen, da ist nichts mehr drin, darüber trauert er, aber was er nicht sieht und momentan auch nicht sehen möchte, ist, dass hier hinter ihm noch 2 Kelche aufrecht und gefüllt stehen, ja, jetzt dachte ich mir, ja gut, ich erbitte eine Klärungskarte, liebes Tarot, worüber wir jetzt trauern, weil hier sind ja die 9 Kelche alle noch gefüllt und dann kamen die 8 Schwerter als Klärungskarte, die Karte schlechthin für Gefangensein in einer Situation, die wir so nicht möchten, also, um das jetzt so gut es geht, ich hoffe, ich kann es einigermaßen verständlich rüberbringen, in einen Gesamtzusammenhang zu bringen, es könnte für einige von euch so sein, dass ihr eine Stabilität, die ihr euch hart erarbeitet habt, ja, indem ihr vielleicht euch von jemandem zurückgezogen habt, der euch nicht gut tat, dass diese Stabilität droht, wieder in den Verlust zu gehen, ja, weil vielleicht irgendetwas im Außen passiert, was euch aus der Balance bringt und ihr habt ganz große Hoffnung darauf, dass das nicht alles wieder von vorne beginnt, dass nicht eure mühsam erarbeitete Unabhängigkeit Unabhängigkeit und euer Gut mit euch selbst zurechtkommen, euer Gefühl von Freiheit, dass das wieder verloren geht, ja, ihr hofft hier auch auf göttlichen Schutz und schaut mal, ihr habt mit der Mäßigkeit und dem Gericht zwei unglaublich starke Schutzengel an eurer Seite und deshalb, und jetzt komme ich zurück zu der Gesamtenergie, sagt die Mäßigkeit hier ganz klar, Gott kennt den Plan, bleibe gelassen, auch wenn du dich einen Moment lang wieder so fühlen solltest, nochmal einen Rückschritt machst, weil vielleicht etwas, was du dir ursprünglich mal erhofft hast, nicht eingetreten ist, ja, weil du vielleicht tatsächlich wieder aus deiner Balance gefallen bist, lass dich nicht entmutigen, sondern schau, dreh dich um, sieh die Kelche, die noch aufrecht stehen, ja, und löse deine Fesseln, du kannst das, du brauchst dich hier nicht wieder gefangen halten in negativer Energie, ja, das kommt mir hier auch ganz stark und die geistige Welt haltet euch fest, die bringt hier den Ritter der Schwerter und wisst ihr, was der macht? Der schneidet diese, dieses Tau und diese Augenbinde schneidet er euch höchstpersönlich auf. Die geistige Welt, die hier mit der Hohlpriesterin, der Mäßigkeit und dem Gericht ganz stark vertreten ist, ja, sagt, nein, egal was passiert, ganz gleich was passiert, du wirst deinen hart erkämpften Freiheit und Selbstwertschätzung nicht mehr verlieren. Wir, also deine geistigen Helfer, erheben das Schwert für dich und befreien dich, falls du dich nochmal gefangen fühlen solltest, ja, in einer Energie, die dir nicht gut tut. Und jetzt komme ich nochmal auf das Ast der Münzen zurück, ja, ich habe ja vorhin gesagt, dass das auch für Glücksfälle, für glückliche Wendungen liegt. Wenn du nämlich dir von der geistigen Welt hier helfen lässt, ja, und erkennst, ganz gleich was hier geschehen ist, dass du über dieses Stadium, also das heißt, hängenbleiben in negativer Energie, Betrauern, Verlustdenken, Mangeldenken, ja, Unfähigkeit zu handeln, dass du spürst, dass du über diese Energie hinausgewachsen bist und mit der geistigen Welt zusammen dein Schwert erhebst, um dich sofort wieder zu befreien, ja, dann nämlich bist du wieder in deiner Balance und bereit, und zwar so bereit, wie du nur sein kannst, zwei, und ich sage zwei, meine Lieben, Assen zu empfangen, denn schau mal, was an der Unterseite des Decks lag, das Ast der Kelche. Im Klartext, meine Lieben, ja, was immer hier geschehen wird, führt einzig und allein dazu, dass du noch stärker wirst, noch mehr in deine Kraft kommst, dass sich das Szenario, was immer es ist, wie gesagt, die geistige Welt wollte uns hier leider keinen weiteren Hinweis darauf geben, was passiert, aber jedenfalls ist es etwas, was dich einen Moment lang aus der Bahn wirft, ja, dass dieses Ereignis sich im Endeffekt, im Endeffekt als Glücksfall herausstellen wird. Und wenn du darauf vertraust, ja, dass du dabei göttlich geführt und beschützt bist, macht dich dieser gesamte Prozess noch einmal stärker, ja, du kannst ganz stolz auf all deine gefüllten Kelche sein, die du dir nämlich verteidigst, ja, du verteidigst dir die Kelche. Das, was du dir hier geschaffen hast, das verlierst du nicht mehr, auch wenn es sich vielleicht mal einen Moment lang so anfühlen könnte, ja, aber du hast hier deine Helfer, du hast hier den Ritter der Schwerter, den die geistige Welt dir schickt, um dich zu befreien. Und diese Kraft, die daraus entsteht, wird dich vollkommen bereit machen für eine Liebe, ja, von der du jetzt noch nicht mal zu träumen wachst. das kann natürlich entweder mit jemandem sein, den du bereits in deinem Leben hast, oder mit einem komplett neuen Menschen, der göttlich gefühlt in dein Leben kommt. Also diese, ich möchte eigentlich mal so nebeneinander leben, schaut mal, diese Karten, die Hohepriesterin, das Ast der Münzen, die Mäßigkeit, das Ast der Kelche und das Gericht, ja, die versprechen dir eigentlich, dass sich alles zum Guten für dich wendet, dass du nicht verzagen darfst, angesichts eines erschütternden Ereignisses. Wie kommt immer wieder dieses Wort erschütternd? Aber wie gesagt, es könnte sich auch in deiner unmittelbaren Umgebung zutragen, aber Einfluss auf dich haben. Aber du wirst es schaffen, und die geistige Welt sagt ganz klar, du wirst es schaffen, deinen Wert, deine Selbstliebe, all das, was du dir geschaffen hast, in den letzten Wochen und Monaten zu verteidigen. Und genau das macht dich bereit für das Ast der Kelche, für jemanden, der dich zu schätzen weiß, der dir hier seinen gefüllten Kelch reicht, göttlich geführt, ja, und mit dem du keine Angst mehr vor leidvollen Erfahrungen und Phasen haben musst. Das hier, ja, das ist nur noch ein vorübergehendes Aufblitzen alter Energien, die dir mit Hilfe der geistigen Welt sofort genommen werden. Du wirst erlöst davon. Vielleicht fühlst du dich einen Moment lang so. Aber schau dir die Karten hier an. Diese gewaltigen Karten, ja, was kann der einzelne Turm gegen diese gewaltigen Karten anrichten? Puh, meine Lieben, ich muss euch sagen, ich bin jetzt energetisch platt, diese drei Readings hintereinander, das war jetzt wirklich anstrengend, aber ich war, ja, ihr kennt mich, ich bin da einfach in meinem Element, ja, ich habe da wieder Herz und Seele reingelegt und hatte so ein gutes Gefühl bei den Energien, es waren starke Energien am Werk, ihr habt es gemerkt, ja, also unglaublich die Readings jetzt für August, also das scheint ein wirklich hochenergetischer Monat zu werden. Ich freue mich, wenn ihr kommentiert, ja, bitte macht es, unter das Video und auch unter Facebook, ich habe es vorhin schon erläutert, wer es sich angehört hat, bitte momentan keine persönlichen Readings anfragen, ich kann erst wieder in zwei Wochen überhaupt Anfragen beantworten, ja, bis dahin bin ich komplett ausgebucht und mache dann auch noch zwei Tage Urlaub, ja, ich hoffe, ihr gesteht mir das zu, mit meinem Sohn, der ja jetzt auch Ferien hat seit diesem Wochenende, ich möchte einfach wenigstens am Tag ein bisschen Zeit mit ihm verbringen, aber ab Mitte August, dann stürze ich mich natürlich wieder voll für euch in die Arbeit und freue mich natürlich, ja, über eure zahlreichen Anfragen, ich bin da immer ganz gerührt, ja, finde ich, finde ich einfach wunderschön. Ich bedanke mich für eure Likes, natürlich auch, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann würde ich sagen, wir hören uns auf jeden Fall wieder zum kommenden Vollmond, der ist, glaube ich, am 7. August, ja, da mache ich natürlich zwei, drei Tage vorher ein Vollmond-Reading für euch. Ja, meine Lieben, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sommerabend heute und verbleibe bis bald, eure Uli, tschüss. Tschüss.